Auf diesen Tag habe ich 400 Jahre gewartet. Du wirst gebraucht. Wir befinden uns in der letzten verbliebenen Stadt auf der Erde. Manche nennen es die ideale Gesellschaft. Doch andere wissen es besser. Die Kontrolle durch die Regierung ist lückenlos. Menschen verschwinden, als hätten sie nie existiert. Doch es gibt Rebellen, die an die Freiheit glauben. Und im Namen der Verschwundenen kämpfen. Ich bin einer von ihnen. E.ON, wir haben einen Auftrag. Die Regierung schützt jemanden. Sie wollen, dass du den Vorsitzenden Gutschild ausschaltest. Wenn dir das gelingt, wird der Sieg unser sein. Fertig? Immer. Hände weg vom Gras. Sie kommt. Bringen Sie sich in Sicherheit. Sie kommt. Gut gemacht. Unsere Welt ist wunderbar. Sie ist es wert, um jeden Preis erhalten zu werden. Du bist erbärmlich. Ich fürchte, wir gehen zu weit. Das ist ein Krieg, wenn Menschen auf beiden Seiten sterben. Amateure. Sie sollten in Deckung gehen. Früher hatte ich ein Leben. Jetzt habe ich nur noch einen Auftrag. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020